Ende eines Sommers Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Wie gut, daß sie am Sterben teilhaben! Die Pfirsiche sind geerntet, die Pflaumen färben sich, Während unter dem Brückenbogen die Zeit rauscht. Dem Vogelzug vertraue ich meine Verzweiflung an, Er mißt seinen Teil von Ewigkeit gelassen ab. Seine Strecken werden sichtbar im Blattwerk als dunkler Zwang, Die Bewegung der Flügel färbt die Früchte. Es heißt Geduld haben. Bald wird die Vogelschrift entsiegelt, Unter der Zunge ist der Pfennig zu schmecken. Ende eines Sommers Natürlich ist auch hier wieder der Wechsel der Jahreszeiten ein Bild für das Leben. Das Ende des Sommers, der hier beobachtet wird, Erinnert an die eigene Vergänglichkeit. Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Wie gut, daß sie am Sterben teilhaben! Inwiefern trösten ein Bäume? Man könnte es einigermaßen mit Bezug auf den nächsten Vers aufschlüsseln, Wenn man das herbstliche Sterben der Bäume wie in Eichendorfs Winternacht Mit der Hoffnung auf Neubeginn im Frühling verbindet. Ich glaube aber eher an eine Art atmosphärischen Trost, Der in der Monumentalität und in der Verwurzelung der Bäume liegt. Vielleicht sind Bäume tröstlich als Inbegriff des Erduldens. Die Pfirsiche sind geerntet, die Pflaumen färben sich. Die übliche Ernte in Herbstgedichten, Pfirsiche und Pflaumen bieten sich hier der Alliteration wegen an, Während unter dem Brückenbogen die Zeit rauscht. Es ist natürlich der Fluß, der unter dem Brückenbogen rauscht, So wie dessen Wasser unwiederbringlich ins Meer, Verrauscht unwiederbringlich die Zeit. Dem Vogelzug vertraue ich meine Verzweiflung an, Er misst seinen Teil von Ewigkeit gelassen ab. Auch Zugvögel, die wie Gottfried Benz Schwalben in Astern davonziehen, Spiegeln die allgemeine Vergänglichkeit. Ihre Flugstrecke ist ebenso wie unser Leben ein abgemessener Teil der Ewigkeit. Außerhalb dieser Strecke oder unseres Lebens liegt die Ewigkeit selber. Das Anvertrauen der Verzweiflung an den Vogelzug hat eine Art von Doppeldeutigkeit. Anvertrauen heißt einerseits mit jemandem darüber sprechen, aber auch jemandem etwas in Obhut geben, damit er darauf aufpasst. Wenn man mit dem Vogelzug über die Verzweiflung sprechen und sie ihm sozusagen mit auf die Reise geben kann, heißt das wohl, dass er ebenso wie die Bäume tröstlich wirkt. Seine Strecken werden sichtbar im Blattwerk als dunkler Zwang. Die Bewegung der Flügel färbt die Früchte. Der Flug der Vögel und ihr Flügelschlag findet natürlich gleichzeitig mit der Färbung der Blätter und der Früchte statt und verursacht sie ebenso wenig, wie er darin gespiegelt wird. Man hätte es als Dichter ebenso gut umdrehen können und davon sprechen, wie die Färbung der Blätter die Vögel davon treibt. Es heißt Geduld haben. Der Begriff Geduld ist hier befremdlich. Man braucht Geduld, wenn man etwas nicht erwarten kann, wenn einem die Zeit zu langsam vergeht. Aber hier geht es doch um das Gegenteil. Alles zerrinnt einem in der davonrauschenden Zeit. Die Bedeutung schillert hier irgendwo zwischen einem gewissen Sarkasmus nach der Art, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass man nicht an die Reihe käme, und der Bedeutung dulden, im Sinne von ertragen. Bald wird die Vogelschrift entsiegelt. Wenn die Vogelschrift entsiegelt wird, wird sie lesbar. Sie enthüllt also ein Geheimnis. Aus dem Vogelflug haben die Auguren, die dafür zuständigen Beamten im alten Rom, den Willen der Götter gelesen. Eines Tages wissen wir mehr, verspricht sehr allgemein dieser Vers. Unter der Zunge ist der Pfennig zu schmecken. Die alten Griechen legten ihren Toten einen Pfennig unter die Zunge, mit dem man Charon, den Fährmann, bezahlen sollte, wenn er einen über den Sticks in den Hades, das Totenreich brachte. Mit dem Geschmack des Pfennigs ist also das Bewusstsein für das unvermeidliche Sterben gemeint. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.